hallo zu einem neuen unboxing ich habe post für ja auch von einem ebay kleinanzeigen die bekommen das ging um transformers klassische transformers um welche das seht ihr gleich wie kurz erwähnt ein klein anzeigen die war mit transformers ich muss dazu sagen es war eine figur bisher nur in dieser anzeige eben abgebildet ich habe die was habe ich war angeboten 35 plus versand und ich habe einfach gefragt wie wäre es mit 35 inklusive versand da kam plötzlich die sache ja warum nicht 30 inklusive versand das habe ich auch nicht nein so und allgemein die person hatte dann noch einige mass sachen reingestellt da habe ich jetzt nicht zugegriffen die waren ja ordentliche preise also es waren keine keine schnäppchen es waren aber auch keine sammler höchst preise es waren wirklich angebrachte preise aber egal da habe ich daneben nicht zugriff aber ich trage trotzdem gibt es noch weitere transformers figuren so und da wurde mir gesagt ja es gibt noch einige da habe ich jetzt mal so ein convolt bild bekommen da waren einige interessante figuren dabei eine die ich mich noch interessierte ist hier jetzt drin und ein paar weitere unter anderem eine ganze rei pretend das waren dabei aber die wollten doch schon preise haben die teilweise den wert überstiegen sicherlich wer war da ein zweifel ohne eine dabei die relativ selten ist und die zustände war sehr gut das muss man dazu sagen also die waren wirklich sehr gut und vollständig habe ich aber gesagt okay es war mir dann zu viel also ich habe die schon günstiger gesehen und das hat um meine meine preis mein preisgefühl war es einfach zu stark naja wie gesagt diese eine transformers figuren es geht hier um zwei transformers figuren die ich noch nicht habe in meiner sammlung habe ich habe noch was nicht in meiner sammlung das erste war wie gesagt 30 euro und das andere fragte ich nach das hat eine kleine beschädigung an einer ganz kleinen an der stelle wo die pistole reingesteckt wird da ist ganz klein teil abgebrochen was aber auch durch die zeit ist weiß auch eine figur von 1987 ja heute mal 20 euro also habe ich im endeffekt 50 euro für den ganzen die bezahlt und dann schauen muss doch mal nach wie es angekommen ist das paket es wirkt sehr locker ich hoffe es ist auch verpackt und nicht nur einfach reingeworfen im karton das wäre sehr schade deswegen machen wir mal einfach auf ich weiß es gar nicht wie das hier verpackt ist hier ist es noch sehe ich gar nichts und interessant einmal ein kleines paket das wird der erste sein und hier kommt der zweite der für 20 euro sicherheit reingucken ok und ihr könnt es schon sehen es handelt sich ich muss jetzt erstmal zusammenstecken ich glaube so ist es handelt sich um blur von 1987 einer der ja figuren aus dem movie sozusagen da sie zuerst mal aufgetaucht und dann später in der vierten staffel transformers gewonnen hier könnt ihr sehen ich versuche es auch noch mal eine aufnahme aber hier ist leider ein stück abgebrochen wo die waffe reinkommt und die waffe ist hier ein bisschen schwer zu sehen es ist ein target master richtig cool die target master wenn schon ist das heißt die zweitauflage die erstauflage wäre nur mit einer normalen waffe der unterschied ist wie gesagt eine normale pistole die ist nicht extra dabei ist eigentlich schade aber wie gesagt ist nicht so und der unterschied ist dass die hände und auch hier der nipse da kommt die waffe auch auf etwas größeres denn der griff oder die pistole vom target master ist eben halt ja etwas größer würde man bei neuen heute nicht machen wird man einheitlich machen aber dadurch dass dieses feature überhaupt erst danach erfunden wurde wohl hat es dann ergeben also hier habe ich den schönen target master dessen sehr guten zustand auch keine keine verfärbung und blur sieht auch richtig gut aus wie gesagt die kleinigkeit verfärbung sehe ich jetzt hier gar nicht und ich muss sagen auch die aufkleber sehr guter guter zustand wenn man ist da ist mit gespielt worden das sieht man aber auch sonst geben halt super so hier ist der schild den hatte ich ja eben schon rangesteckt und dann würde man verwandeln ich muss zugeben die figur habe ich so noch nie in den händen gehalten hier auch die kass die füße sind aus metall füße werden umgeklappt hier seit diesen rollen wollen das fährt damit müssen ganz leicht eingestaubt aber es ist nur ganz leicht das ist ausgeklickt da ist der kopf die hände kann man runter machen dass die schultern ach so die arme genau so wird es gemacht runter gezogen die arme ich vermute mal dass das so ist ein bisschen staub so hier mit den schild den kann man auch ihm in die hand geben so mit dem autobat logo und die pistole würde jetzt keine rostigen stellen das ist manchmal so dass die metallschrauben oder so leider verrostet sind ja die pistole in die hand richtig cool diese figur habe ich so noch nicht gehabt jetzt habe ich die torgermaster version richtig klasse richtig toll richtig richtig super und für 20 euro ein echter schnäppchen weil ja allein wegen dem torgermaster der ist es schon wert der wird meistens dann so um den preis gehandelt und in dem fall kann ich sagen habe ich eine geile figur auch wenn diese kleinigkeit damit der aber das finde ich jetzt nicht so schlimm weil er für mich ja auch im regal steht und dann ja habe ich eben halt ein schätzchen stehen und das nächste schätzchen auch wie gesagt eine figur die nicht in meiner sammlung habe die auch vollständig sein soll ich habe extra noch mal nachgefragt ist jetzt in dieser zweiten schachtel von irgendwann nach was ist das hier original so eine uhr digital uhr passt aber gut so mal sehen auch wieder wunderbar eingepackt das ist wie weihnachten teil 1 weg der schachtel weg und da sehen wir die drei teile also es ist alles vollständig doch das kann weg und ja was ist es ist ein auto und ein schrauber es ist battle trap ich habe ihn noch nicht gehabt diese figur das ist also echt das erste mal ich habe keine ahnung wieder verwandelt wird ich weiß nur was geht runter die beiden verwandelt sich ja in eine figur welche da habe ich keine ahnung wie die verwandelt werden dachte das geht darauf aber das habe ich das gefühl das ist irgendwie funktioniert das hier sind die arme die ausgeklappt werden können also da rein hier sind die arme und hier ist die kanone die irgendwie hinkommt ich habe das noch nicht so raus mit der pistole absolut cool habe ich überhaupt noch nicht muss mich dann noch mal mit auseinandersetzen solle kann man hier oben drauf klemmen aufs fahrer häuschen wahrscheinlich sind nicht richtig verwandelt ich muss ganz ehrlich damit nicht noch auseinandersetzen aber richtig cool beide figuren habe ich noch nicht in meiner sammlung messer wieder zurück ja und damit freue ich mich zwei tolle g1 figuren gleich beginn des jahres in meine sammlung zu stellen die ich noch nicht hatte ja das soll es gewesen sein ja ich hoffe dieses kleine unboxing hat euch gefallen ein like da unten und ein abo falls ihr noch nicht getan habt und ich möchte wissen von euch kennt ihr die figuren was sagt ihr dazu und 50 euro für beide schnäppchen oder nicht lasst es mich wissen wir sehen uns beim nächsten mal so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017